Seid ihr bereit für die ultimative Halloween-Horror-Action? Dann seid ihr hier richtig. Yeah, mein Name ist Easy Cheesy und damit willkommen zu Horrorblocks in Minecraft. Horrorblocks. Roblocks? Horrorblocks? Warte, was? Ich dachte, das ist Minecraft. Wir haben hier, Leute, wir haben hier uns zwei Kisten gegönnt. Flur, geh deine eigene Kiste öffnen. Wir haben uns hier zwei Kisten gegönnt mit Scary Lucky Blocks. Also gruseligen Lucky Blocks, in denen diese Blöcke hier sind. Ich weiß noch gar nicht, was die so machen. Die haben wohl die unterschiedlichsten Fähigkeiten. Ich nehme hier mal zwei Stacks. Und ich würde sagen, Flo und ich probieren das Ganze dann mal aus. Hast du eine Spinne bekommen aus dem Lucky Block? Oder ist sie einfach so gespawnt? Zurück ins Feuer mit dir! Jetzt, da wir die Spinne bekämpft haben, würde ich sagen, wir suchen uns mal einen coolen Platz aus für unsere Lucky Blocks. Und wie wäre es da vorne vor dem Schloss? Was denkst du? Im Schloss? Im Schloss, vor dem Schloss. Glaubst du, vor dem Schloss wird nahe noch so viel über sein? Unter dem Schloss. Wer darfst den ersten Lucky Block platzieren, Flo? Äh, ich. Okay. Das sieht voll cool aus. Es ist ein Kürbis, du musst ihn zerstören! Ah! Leute. Wow! Warte, nein, die schießen sich jetzt alle gegenseitig an. Das ist unfair. Oh mein Gott. Okay, jetzt bist du dran. Oh no, 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 no. Warte mal, jetzt haben sie ihren Gegner zerstört. Du bist dran. Jetzt schießen sie auf uns. Okay, ich mache den ersten Lucky Block. Ich hoffe, er ist lucky. Let's go, please. Sei was Gutes. Eine gute Rüstung oder sowas? Hier. Nein! Kuckuck! Nein! Ich bin immer... Wieso? Wait, wait. Meine ganz Lucky Blöcke. Meine ganzes Equipment. Das ist jetzt unten bei diesen blöden Monstern. Geht weg von mir. Ich kann sie einsammeln. Okay, schnell weg hier. Ja, wie du kannst sie einsammeln? Bin bei dir. Hi. Okay, du bist dran mit dem nächsten Lucky Block. Ähm, okay. Ich würde sagen, wir platzieren die mal nicht im Lager, weil das ist unser sicheres Lager hier. Mach du mal ein. Ich gehe aber nicht hier zu dem Licht hin. Genau, zu dem Creeper. Das ist eine gute Idee. Okay, ich gucke von hier zu aus sichere Entfernung. Gut gemacht, Flo. Wait, er lebt. Was war das? 16 years. No way. Oh mein Gott. Jürgen, das ist aber... Oh mein Gott, das war richtig lucky. Okay, ich mache einen Lucky Block. Bitte kein Gefängnis. Oh mein Gott. Es ist randgestein. Oh. Es ist randgestein. Nein. Was? Nein. Oh, der griff mich. Nein, der ist ja riesig. Was machen wir denn jetzt? Flo, kannst du aus den Dias nicht irgendwas nützliches craften oder sowas? Was sollen wir machen? Boxe nieder. Dafür habe ich mein Leben trainiert, ich sehe. Oh mein Gott. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich suche meine Sachen und dann verschwinde ich von hier. Ich glaube, hier oben sind wir erstmal sicher vor dem mutierten Riesenzombie da hinten. Der sieht aber eigentlich einigermaßen cool aus. Wer ist dran als nächstes, Flo? Ich glaube ich. Du hast den Dias schwer. Ich glaube nicht, dass du den damit killen kannst. Doch, ich habe ihn. Was? Wie krass. Okay, okay. Dann können wir jetzt... Und ich werde jetzt netherite kriegen. Netherite. Das wäre nice. Ich habe Bumpkins Heats bekommen. Ich gehe jetzt... Kürbislamm. Okay, dem wird Kürbislaternen machen und so Kram. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, wir machen jetzt den nächsten Lucky Block. Und ich bin mir sicher, dieses Mal ist es was Gutes. Ich gehe schon mal ein Stück zurück. Nein. Oh no, no. Warte. Wie lange, wie lange, wie lange? Ich weiß nicht, wie lange. Ich schwebe kraft... Nein, 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 nein. Viel Spaß. Tschüss. Wie lange. Wir sehen uns dann am Mond. Wir sehen uns nächstes Wochenende. Warte, wie lange? Ich meine, immerhin habe ich einen ganz guten Überblick jetzt über die Map, wo wir spielen. Da hinten ist ein Schloss. Hier ist ein Schloss. Ich suche Wasser. Da hinten ist Wasser. Ich sterbe noch safe. Sag ich ja. Ich nehme jetzt einfach neue Lucky Blöcke. Ist mir egal. Wir haben genug Lucky Blöcke. Wie ganz ehrlich? Ich schaffe es doch eh nicht mehr als drei Stück zu platzieren, bis ich sterbe. Von daher nehme ich jetzt nur ein paar mit. Flo, wie sieht es aus bei dir? Ich fühle mich tatsächlich ganz gut hier. Hier bin ich. Ah, du bist da vorne. Alles klar. Ich habe wirklich viel Glück gehabt jetzt. Du hast es ja wirklich Glück. Okay, guck mal, wenn du sagen willst, ich gebe dir was ab hier. Dias, Dankeschön. Wo hast du die schon wieder her? Nochmal 16? Ich hole mir jetzt. Ich brauche mir eine Workbench. Du kannst schon mal den nächsten Lucky Vlog öffnen. Ich gucke dir zu. Sicher? Ja, ich gucke dir zu. Entzahlende Bücher. Oh mein Gott, das Spiel liebt mich. Wieso? Wieso hast du es still mich und liebt dich? Warte, jetzt kommt wieder was Schlimmes bei dir. Ja, safe kommt wieder was Schlimmes. Vielleicht ist es so ein abwechselnder Algorithmus oder sowas. Aber ich mache mir jetzt erstmal hier ein Diaschwert. Weil ganz ehrlich, Leute, egal was es ist, mit einem Diaschwert sind wir auf jeden Fall schon mal wesentlich sicherer. Sieht voll groß aus. Ich bin gespannt, was es noch für Monster gibt, wenn es Frankenstein schon gab. Ich will es nicht hier öffnen. Quatsch. Oh, ich habe Kürbster anbekommen. Okay, das ist nett. Ich habe es übernimmt. Zum ersten Mal. Oh, ich warte mal. Oh, jetzt war zweimal hintereinander was Gutes. Oh, oh. Okay, Flo, mal gucken, was jetzt kommt. Weißt du was? Ich kill den Kürbis jetzt. Okay, mach ihn. Du hast nicht full Diaposition gekauft. No way. Wie? Wie? Ich habe so viel Glück hier. Okay, easy, du. Oh, Leute, das darfst du nicht. Ich habe voll Holz-Tools bekommen. Ey, du bist nicht gestorben. Okay, warte mal easy, easy. Wollen wir warten? Wer stirbt als nächstes? Ich denke, ich sterbe. Du hast ja full Protection. Du hast full Diaposition, aber du kannst es gar nicht verlieren. Oh mein Gott, okay. Lauf. Okay, das war... Das war auf jeden Fall mal was anderes, auf jeden Fall. Aber ja, gut. Okay, ich mache mal den nächsten. Ich hoffe... Oh, ich habe Süßigkeiten bekommen. Candy. Willst du auch was? Warte, ich gebe dir die Hälfte ab. Bitte schön, lass dich schmecken. Du bist dran. Ich glaube, jetzt war ich dran. Ich glaube, jetzt kommt was Schlimmes. Ich glaube, jetzt kommt es. Komm schon. Ich spüre es. Nein! Aha! Yes! Es ist echt spannend. Endlich was Gutes mal. Nice! Leute, full Diaposition 2. Da kommt eine Spinne, aber sie hat keine Chance. Warte, willst du 2 auf einmal öffnen? Ich fühle mich doppelt. Okay, okay, okay. Lass mal sehen. Oh! Was war das? Ein Ghast? Ein Ghast und 60 Wunderhosen. Okay, alles klar. Wir machen jetzt mal auch 2 Lucky Blocks hier auf einmal. Was war das? Cobblestone? No way! Okay, warte mal. Und irgendwelche Holztürze, die kein Mensch braucht. Alright. Mach du. Was ist das? Oh, ist der süß. Ein Haustierhase. Aber so Halloween angezogen. Der hat einen Cape. Das ist... Warte, der greift doch nicht an, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist lieb. Der ist zwar ein Vampirhase, aber er ist süß. Ich guck. Ja, was ist das? Sehr cool. Petscheat. Ich habe ihn gezähmt. Oh, wie cool. Aber das ist dein Hase. Ich gebe dir das mal wieder. Und mach selber mal die nächsten Halloween Lucky Blocks. Let's go. Zombies. Kein Problem. Zombies sind kein Problem. Der nächste Lucky Block. Wither Roses, glaube ich. Mein Hase kämpft einfach. Hat er dir geholfen? Oh, ich dachte gerade... Hör auf. Ich stehe. Nein, Zimmigmann. Nein, nicht der Hase. Nein, warte, nein. Nein, nein, deine Hase. Yes, Hase. Nein, die Hase greift mich an. Yes. Nein. Rumpel zurück. Nimm wieder die Leine. Flo, was ist eine Unglückszahl? 13. Yes. 13. Mein Geburtstag. 13. Warte, du wirst 13 dieses Jahr? Herzlichen Glückwunsch. Nein. Nein. Kommt die Folge nach dem Freitag raus? Dann wirst du passen. Freitag der 13. Freitag der 13. Es war letztens Donnerstag der 13. Aber naja, es war halt kein Freitag. Ich würde sagen, wir platzieren nämlich jetzt hier 13 Unlucky, Lucky Halloween Blöcke. Und machen sie zusammen auf. Und wer zuerst stirbt, hat verloren. Ich habe jetzt 13 Stück hier in einer Reihe aufgestellt. Du kannst zu mir kommen. Und ich würde sagen, jeder fängt auf einer Seite an. Nein, wir machen zusammen. Wir machen zusammen. Okay, bist du bereit? Dann, let's go. Erster Block. Okay, ich habe nichts bekommen. Ich habe Monster. Oh, schärfe Fünfschwert. Okay, das ist ein Riesen-Skelett. Yes, okay, das ist schnell gestorben. Zehn Diamantblöcke. Ich glaube, was ist mit dir passiert? Oh, und Candy. Hilf uns mit deinem Schwert. Wie viel Schaden macht das? Richtig schön. Mega gutes Schwertschärfen. Fünf Verbrennung, zwei und zehn Diamantblöcke. Ich würde sagen, das Game hier habe ich gerade gewonnen. Freunde, weit ist Halloween. Wir freuen uns natürlich mega drauf. Lasst ein Like da, wenn euch die Halloweenige Folge hier heute gefallen hat. Schaut gerne bei Flo vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch allen einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns außerdem in easymouse.shop beim Halloween-Design. Checkt es auf jeden Fall aus. Bis dahin. Hasta la pasta.